Und weil deine ganze Scheiße dich nicht weiterkriegt, kriegst du leid, so ne Riegerosität. Ey, du kleiner Weitertriff, den Takt einfach nicht und nicht, hat leider schon im Video gekriegt. Das Logan Punch-Riff nur nicht raushört, hab ich sicherlich gesagt. Wird schon stimmen, aber fuck man, ich erinnere mich nicht dran. Oder mich mein, deine Lines haben auch wen anders getroffen. Ja, ich werd dich hier selber auch nicht mit paar Glatzen eins fronten. Hol ich hier flowlich, ein Draw ist wie damals Harden genervt. Und durch Licht beim Aufnehmen wird auch nur der Schatten verstärkt. Und weil deine ganze Scheiße dich nicht weiterkriegt, kriegst du leid, so ne Riegerosität. Ey, du kleiner Weitertriff, den Takt einfach nicht und nicht, hat leider schon im Video gefehlt. Geht bis einfach auf, verdammt, der Rap ist jetzt echt sehr mies. Lichtsarbeit in den Battlen ist verschwendete Energie. Kannst Liebe erklären, wenn Licht zuckt, viermal im Song ist unten. Drei Versionen, bei wem machen die Features die hellste? Text ohnehin lässt, ich hör sowas von neff, ich muss schon ein Feature mit Flow, Bill & Carry. Supergeil, das klingt, dass ich wie Hunde Falten klinge. Du kaputt hast, Megafon packst die Runde leider nicht. Da hat der Seil im Anfang in den Tag gescreent. Von mir eins, der machst du Abriss, Schie. Abriss, Schie. Wer macht die Runde nicht selber? Verständlich, mein, ich sag, wenn deine Haar, er auch zur Hälfte nur Licht war. Der Pütsch ist, wenn du weckst, aber das klingt ja so ähnlich. Bei dir möchte ich nur wissen, weil die Stimmen, but the P is. Für dich gibt's ne lange Pause, bist zwar nicht bei Linkin Park, doch deine Zeit ist abgelaufen. Jeder denkt, ich will doch diesen Laufenband nicht sehen. Klickt auf Steuerung, bloß geh, aber das Trauma wird nie gehen. Und weil deine ganze Scheiße dich nicht weiterkriegt, bringst du Leid so ne Riegerosität. Ey, du kleiner Beiter, triffst den Takt einfach nicht und Licht hat leider schon im Video gefehlt. Und weil deine ganze Scheiße dich nicht weiterkriegt, bringst du Leid so ne Riegerosität. Ey, du kleiner Beiter, triffst den Takt einfach nicht und Licht hat leider schon im Video gefehlt.